Wenn man über den menschlichen Körper redet, dann spricht man meist von unseren Hautzellen, unseren Leberzellen, unseren Hirnzellen, unser, unser, meins, meins. Typisch Mensch. Wenn Sie dann auf Ihren Personalausweis schauen, dann steht da auch nur ein Name, nämlich Ihrer. Was da nicht steht, ist, dass der Name für ein ganzes Biotop an Lebewesen steht, das unter Ihrem Namen und in Ihren Schuhen über diesem Planeten watschelt. Was soll das denn heißen? Nun, der menschliche Körper besteht aus milliarden körpereigenen menschlichen Zellen. Aber er besteht auch aus über der zehnfachen Anzahl an Bakterien und an allen anderen möglichen Keimen. Diese besiedeln vor allem unsere Schleimhäute. Das fängt schon im Mund an und diese Besiedlung zieht sich durch den ganzen Darm durch. Diese Keime leben meist mit uns in einer Symbiose. Das heißt, diese Untermieter suchen bei uns Wärme und Schutz. Sie zahlen uns aber auch Miete dafür. Manchmal nimmt Ihre bloße Anwesenheit Schimmelpilzen und ähnlichen Quellgeistern den Platz weg. Aber meist helfen Sie auch aktiv mit, indem Sie Ihren Lebensraum, das Biotop, in unserem Darm aktiv mitgestalten und zum Beispiel den pH-Wert regulieren. Im besten Fall aber helfen Sie mit, Nährstoffe aus unserer Nahrung aufzuschlüsseln und somit aktiv die Verdauung zu unterstützen. Wir alle haben uns mit diesen nützlichen Untermietern schon beim ersten Nuckeln an Mutters Brust richtiggehend infiziert. Diese gesunde Infektion machen wir heute immer dann, wenn wir etwas Gesundes essen, das natürlich gesunde Keime enthält, zum Beispiel Sauerkraut oder Naturjoghurt. Leider sterben die meisten guten Bakterien aber beim Eintreffen im Magen und der Begegnung mit der aggressiven Magensäure ab. Die arbeitet wie eine Sicherheitsschleuse gegen böse Pilze und Keime. Um den Probiotika hier zu helfen, haben wir diesen nützlichen Untermietern quasi einen Taucheranzug mitgegeben. Die von Forever patentierte Verkapselung bringt Sie nun sicher weiter hinunter in den Darm. Das ganze Produkt nennt sich dann Forever Active Probiotic mit der Artikelnummer 222. Darin finden sich nicht nur die bekannten Probiotika Lactobacillus Acidophilus, sondern auch die hilfreichen Brüder aus der gleichen Gattung Lactobacillus Bulgaricus, der Lactobacillus Plantarum und der Rhamnosus. Aus der Gattung Bifidobacterium kommen dann noch hinzu Bifidobacterium Lactis und Lungum. So viele Probiotika-Stämme in einem Produkt finden Sie in keinem Produkt in ganz Europa. Die verschiedenen Stämme besiedeln dann ganz unterschiedliche Lebensräume in dem Biotop Darm. Stellen Sie sich einfach das Ganze so vor, wie einen Flusslauf. An der einen Stelle lebt der Biber, etwas weiter Strom abwärts im Schilf lebt die Rohrdommel und so weiter. Das klingt zunächst ein wenig albern, aber es kommt der Sache doch ziemlich nah. Aber anders als bei den anderen Probiotika auf dem Markt, muss diese patentierte Kapsel ja nicht gekühlt aufbewahrt werden. Sie können sie also immer, ein Riesenvorteil ist das, mit auf Reisen nehmen. Bevor wir unsere kleinen Helfer auf die Reise durch unseren Körper schicken, bedenken Sie bitte, dass Sie Ihnen bei diesem Rennen unbedingt den Start in der Pole Position ermöglichen. Das heißt, bitte immer morgens eine Kapsel auf nüchternen Magen, gerne mit der Aloe oder dem AG Plus zusammen. Eine Kapsel am Tag genügt völlig. Viel wichtiger ist, dass Sie sie regelmäßig nehmen. Ich mache das so, zweimal im Jahr eine ganze Packung und beim ersten Mal auch gerne zwei Packungen hintereinander. Es spricht aber auch nichts dagegen, Sie ein Leben lang täglich zu essen. Aber bitte nie zusammen mit einem heißen Kaffee hinunterspülen. Essen Sie lieber ein paar Minuten später etwas Gesundes und vor allem Lebendiges an den Joghurt oder Müsli, wenn Sie Milchprodukte vertragen, oder einfach etwas frisches Obst. Das ist dann die Marschverpflegung für unsere Freunde, die wie Pioniere das Land besiedeln wollen. In der Tat enthält jede Kapsel dann auch eine Milliarde koloniebildende Einheiten. Das heißt aktive, lebendige Keime. Also das Forever Active Probiotik mit Artikelnummer 222 ist eine wertvolle Ergänzung zu den Aloe Vera Gels zum Trinken. Aber auch zu unseren Produkten im Bereich Gewichtsmanagement, dem Forever Shake mit Artikelnummer 19 und 21. Vanille und Schoko passen Sie ganz hervorragend. Sie sind eine kluge Kombination aber auch mit den Forever Lean Kapseln, mit der Artikelnummer 289. Diese bitte immer 10 Minuten vor dem Essen. Der absolute Klassiker ist hier aber meiner Meinung nach das völlig unterschätzte Fields of Greens mit der Artikelnummer 68. Fassen wir die Vorteile von Forever Probiotik mit der Artikelnummer 222 noch einmal zusammen. Es ist ein Probiotikum mit sechs lebendigen Bakterienkulturen, einer Milliarde koloniebildenden Einheiten, einer patentierten Verkapselung und kann sogar in der Handtasche mitgenommen werden, ist optimal zusammen mit lebendiger, frischer Nahrung und natürlich mit der Aloe Vera.